Gott muss warten, Gott muss schützen, Herr in deiner Güte und Macht, schenk uns eine gute Nacht. Je später der Abend, umso monotoner wurde der Gesang des Nachtwächters, denn er wollte ja die Menschen nicht wecken durch seinen Gesang mit der Nacht, sondern die sollten ja erst so mitkriegen, aha, im Halsschlag, er ist unterwegs, wir werden geschützt, wir werden gewacht, die Stadtmauer und die Häuser werden gewacht, ganz wichtige Taktos zur damaligen Zeit. Jetzt werden Sie sich natürlich mit Recht fragen, hat denn der Nachtwächter erstens um die jetzige Uhrzeit schon gesungen? Einen schönen guten Abend. Sie dürfen sich gerne noch anschließen. Danke. Ja, 10 Euro. Ungefähr 1,5 Stunden.